Ja, was soll ich sagen? Also ich bin heute hier gekommen, weil ich das gestern gehört habe, was da am Westbahnhof los war und ich auch das Bedürfnis habe, mich da zu engagieren, weil ich natürlich auch nicht einverstanden damit bin, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird in Österreich und in ganz Europa und da wollte ich halt meinen Beitrag auch heute hier leisten und habe halt versucht zu helfen, die Spenden ein bisschen zu sortieren, Pakete zu schnüren, ja, das war halt mein Beitrag und ja, werde versuchen, mich auch weiter zu engagieren. Vielen Dank.